Heute besprechen wir drei entscheidende Tipps für die Nachprüfungen. Willkommen zurück Abiturathleten, mein Name ist Leo Heckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top Abiturprüfungen zu deinem Traumlotschritt kommst. Die meisten Prüfungen sind ja jetzt wirklich rum, also wirklich 99,9% von allen. Nur die Nachprüfungen stehen für einige von euch noch an. Ihr habt euch alle, die das haben, gefühlt ein Video dazu gewünscht, deswegen kommt auf jeden Fall auch eins. Und wir werden heute einfach mal drei wichtige Tipps besprechen, wie man vor allem vom Mindset her auch in diese Prüfung reingeht, weil es ja nochmal ein ganz anderes Gefühl ist, wie in der normalen Prüfung, weil du im Prinzip, du hattest das Fach schon, du kennst im Prinzip von den mündlichen Prüfungen her auch schon den Ablauf gewissermaßen, ist ja genau wie der mündliche, nur etwas kürzer. Und was es da ein bisschen zu beachten gibt, da gebe ich euch eben drei Tipps an die Hand, damit ihr die ganze Prüfung auch crushen werdet. Nachdem die Nachprüfungen ja vor allem mental auch eine ziemlich große Challenge sind, ist als allererstes mal, glaube ich, total wichtig zu verstehen, dass man wirklich bestens vorbereitet ist. Denn du bist vom Lernen her schon mega im Flow, weil du das eh schon den ganzen letzten Monat, die letzten zwei Monate gemacht hast. Du bist prüfungstechnisch auch mega im Flow, weil du einfach die ganze Zeit schon Prüfungen hattest, sogar Prüfungen, die mega, 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 mega wichtig waren. Und du bist es sozusagen schon gewohnt, mit dem Stress umzugehen, worauf wir auch später noch eingehen werden. Und im dritten Punkt bist du auch deswegen schon ideal vorbereitet, weil du auch das Fach schon mal hattest. Und das ist mega wichtig. Ich weiß, dass die Nachprüfungen mega, mega, mega entscheidend für manche sein können. Aber wenn man mit diesem Gefühl reingeht, eigentlich ist es die Prüfung, die ich vom Gewohnheitsgrad eigentlich schon am meisten drauf habe. Weil du bist im Lernen drin, du bist im Prüfungsmodus drin und du hattest sogar schon das Fach in der Prüfung. Und du musst im Prinzip ja nur nochmal das neu lernen, was du eh schon gelernt hast. Sprich, dass es auch viel besser abprüfbar war. Und wenn man sich das bewusst macht, dass auch wenn die Nachprüfung sehr, sehr wichtig ist, dass man gleichzeitig dafür auch ideal vorbereitet ist, dann kann einem das einfach helfen, mit einem viel besseren Gefühl in die ganze Sache reinzugehen. Im zweiten Punkt ist es, denke ich, super, 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 super wichtig, dass man sich mit zwei Dingen anfreundet. Zum einen mit dem Fail, der vielleicht vorangegangen ist in der eigentlichen Prüfung, weswegen man jetzt in die Nachprüfung muss. Entweder, weil die eigentliche Prüfung so schlecht war, dass man anderweitig durchfallen würde, oder weil man eigentlich eine viel, viel bessere Note möchte. Damit sollte man sich anfreunden und gleichzeitig mit dem Fach. Weil vielleicht ist das Fach, deswegen war mir die Nachprüfung, muss eins der Hassfächer ein, der Fächer, die einem nicht so liegt. Und die beiden Punkte sind super wichtig. Denn auf der Fehlerseite nichts wird perfekt laufen. Wir haben immer Idealvorstellungen von uns, wir haben Idealvorstellungen von den Prüfungen. Das ist auch super wichtig, weil wir uns daran orientieren und danach streben. Aber es wird immer mal so sein, dass einfach was nicht gut läuft. Und was jetzt einfach mega, mega wichtig ist, dass du, auch wenn du vielleicht die Prüfung komplett verkackt hast oder total unter deinem Potenzial geblieben bist, dass du dir dafür verzeihst, dass es in Ordnung ist und dass du es akzeptierst. Und dass du jetzt nicht auch in der Vorbereitung auf die Nachprüfung die ganze Zeit noch, oh, hätte ich doch damals und hätte ich doch und hätte ich doch. Hätte, 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 wird nichts ändern. Das ist so passiert. Es ist vollkommen in Ordnung. Rückschläge werden immer mal sein. Vollkommen, vollkommen okay. Das Wichtige ist einfach, dass du dich jetzt auf die neue Prüfung fokussierst. Und da eben genauso auch, wenn dir das Fach nicht so liegt und du denkst, boah, ich habe keinen Bock, nochmal eine Prüfung in dem Fach zu machen. Versuch dich damit anzufreunden. Versuch einfach, dass es, wie gesagt, du hast dieses Fach schon gehabt. Du hast so viel schon in dieses Fach rein investiert. Eigentlich hast du es drauf und sich immer da auch bewusst machen, wie sehr man etwas mag, hängt auch damit zusammen, wie gut man es kann. Das bedeutet, bereite dich gut vor. Du bist sowieso von dem ganzen Prozess bisher schon super vorbereitet. Wenn dir das nochmal vor Augen führst und da wirklich dir überlegst, okay, was ist eigentlich cool an dem Fach? Vielleicht interessiert es mich ja doch. Und wenn es mich überhaupt nicht interessiert, dann ziehe ich es trotzdem durch. Dann ziehe ich es genau deswegen durch, weil es mich nicht interessiert, weil es das schlimmste Fach ever ist. Genau deswegen werde ich es nochmal eine gute Note raushauen. Genau deswegen habe ich Bock es zu lernen, weil es so sinnlos, weil es so fern von der Realität ist. Genau deswegen werde ich es noch krasser lernen, weil es noch sinnloser ist. Oder wie auch immer du dich dafür motivieren kannst. Hauptsache, du schaffst es einfach, dich hinzusetzen, für das Fach zu lernen und auch Bock drauf zu haben gewissermaßen. Und wenn du die beiden eben Sachen, den Fehler und das Fach akzeptierst und damit klarkommst, dann hast du auch quasi die Basis geschaffen, um dich gut vorzubereiten. Und dann musst du es im Prinzip nur machen, wie in allen anderen Prüfungen auch. Und dann wird es wunderbar klappen. Und als dritten Tipp möchte ich noch auf das Stressmanagement eingehen. Nachprüfungen, wie gesagt, kann mega entscheidend sein. Kann entweder entscheiden, ob du das Abi überhaupt schaffst oder eben, ob du vielleicht noch an deinen Traumschnutt kommst. und bei den ersten vier, fünf Prüfungen, die du hattest, da war es ja so, dass du wirst, du warst mega aufgeregt, weil es mega wichtig ist, aber du wusstest noch nicht genau, ich zum Beispiel nach der dritten Prüfung wusstest du jetzt nicht genau, was für eine Note du in der ersten und zweiten hast. Aber in der Nachprüfung weißt du ja, okay, ich muss jetzt hier wirklich so und so viele Punkte haben, damit das noch hinhaut. Das heißt, du weißt ganz genau, was du brauchst und was zu schlecht ist. Wodurch du so einen konkreten Druck hast, weil du weißt, okay, das muss ich schaffen und deswegen ist da einfach die ganze Stressbewältigung in dieser Prüfung noch viel, 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 viel wichtiger. Klar, du bist es schon gewohnt, das ist ein mega Vorteil, sollte man sich auch immer wieder bewusst machen, aber das Entscheidende ist, dass du auch lernst, mit dem Stress umzugehen, weil es eben so eine entscheidende Prüfung ist und Stress oder große Auftritte, Momente, in denen es darauf ankommt, da gibt es in meinen Augen, das ist total interessant, da gibt es im Prinzip einfach ein Phänomen. Either it breaks you or it makes you. Das bedeutet, wenn du in eine Situation kommst, du weißt, das ist mega entscheidend, passiert meistens eine von zwei Dingen. Entweder, du zerbrichst an dem Druck oder genau deswegen, weil der Druck so hoch ist, weil es so wichtig ist, performst du maximal. Und da habe ich jetzt keinen konkreten Tipp dazu, wie du quasi das Shiftest, das Entscheidende ist, dass du dir bewusst machst, dass du diesen Shift machen kannst. Und man kann auch davor nicht sagen, was genau passieren wird. Das ist vielmehr eine Typ- und Identitätssache. Was aber nicht bedeutet, dass das jetzt schon festgeschrieben ist, sondern was bedeutet, dass du dich so programmieren musst, dass du jemanden wirst, der in solchen High-Pressure-Situationen richtig gut performt. Und du spürst es schon in der Vorbereitung, du spürst es schon beim Lernen meistens, ob dir das ein gutes oder ein schlechtes Gefühl hast. Und selbst mit schlechtem Gefühl meine ich nicht, dass du zwangsläufig nicht ideal Vorbereiter bist, sondern einfach nur, hast du Bock auf die Prüfung? Hast du Bock zu performen? Willst du dein Bestes geben? Und wenn du schaffst, da einfach nur von der Einstellung her, nur von der Einstellung her, es hat nichts damit zu tun, wer du bist, hat nichts damit zu tun, wie viel du gelernt hast, Niente. Es geht einfach nur um deine Einstellung hinsichtlich dieser Prüfung. Und wenn du da von der Einstellung her gehst, genau deswegen, genau deswegen, weil der Druck so hoch ist, genau deswegen, weil ich so viel Stress empfinde, genau deswegen werde ich maximal performen. Und dann schaffst du es eben, dass diese Prüfung dich eben macht, also dass du zu deiner absoluten Höchstleistung aufläufst. Und deswegen, versuch da wirklich den Shift zu machen, da kann dir vor, ich habe eigentlich schon noch ein paar konkrete Tipps, da kannst du vor der Prüfung, einfach das, da muss ganz viel nach Gefühl gehen. Was bringt dich in diesen State, dass du maximal performen willst, dass du genau deswegen, weil der Druck so hoch ist, du deine Bestleistung zeigen wirst. Das kann Musik sein, Musik, die dich pusht. Zieh dir die unbedingt davor nochmal rein. Das kann eine Visualisierung sein, haben wir im Livestream gemacht auf Instagram. War mega, mega geil. Kannst du auch so für dich selbst nochmal machen. Wo du einfach alle Prozesse schon ideal durchläufst. Das ist super, super entscheidend. Du kannst keine Ahnung was machen, du kannst Sport machen, dich nochmal, keine Ahnung, bewegen und einfach nochmal diese Energie spüren. Das Entscheidende ist einfach, dass du dich in den richtigen mentalen Zustand bringst, weil im Prinzip ist es in der ganzen Prüfung so, da ist die Drucksituation und du vom zeitlichen Verlauf her wirst du irgendwann reinkommen. Und dann passiert eben, either it breaks you or it makes you. Und das heißt, der Druck ist immer da und du wirst garantiert reinkommen. Das ist unvermeidlich. Was du beeinflussen kannst, ist in welchem State du reingehst. Wenn du in den richtigen State reingehst, dann wirst du auch in die Make-Richtung gehen und dann wirst du quasi ideal performen. Und deswegen fühle dich selbst rein, was bringt dich von der Einstellung her dazu, dass du zur Bestleistung auflaufen wirst, egal ob es Musik, Visualisierung, Sport, whatever ist. Bring dich da rein, damit du dann den Druck, der in der Prüfung herrschen wird, nicht, dass der nicht negativ für dich ist, sondern positiv und du ihn sozusagen zu deinem Feind, sondern zu deinem Freund machst. Jetzt dürfte dir aber sowas von ready für die Nachprüfungen sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, in welchem Fach ihr Nachprüfungen habt. Das würde mich mega interessieren, welche Fächer so am öftesten in der Nachprüfung drankommen. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich glaube, wir waren euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Und Leute, grundsätzlich wie bei allem, das Entscheidende ist, der Glaube an dich selbst. Glaubt an euch und es wird sehr, sehr gut funktionieren. Denn ich glaube auf jeden Fall an euch. Bis zum nächsten Mal.